Einleitung Die Mundgesundheit ist ein wichtiger Bestandteil unserer allgemeinen Gesundheit. Caris ist eine der haufigsten Erkrankungen im Mundraum und kann zu ernsthaften Problemen F1,4 rennen, wenn sie nicht rechtzeitig behandelt wird. In diesem Video werden wir Tipps zur Vorbeugung von Caris und zur Erhaltung der Mundgesundheit besprechen. Was ist Caris? Caris, im Volksmund auch als Zahnfaule bekannt, ist eine Infektionskrankheit, die durch die Bakterien in unserem Mund verursacht wird. Diese Bakterien bilden es Auren, die den Zahnschmelz angreifen und zu Caris F1,4 rennen kann ihn. Wenn Caris nicht rechtzeitig behandelt wird, kann sie zu einem Loch im Zahn F1,4 rennen und sogar zu einer Infektion des Zahnnervs. Tipps zur Vorbeugung von Caris 1. Regelmaeiges Zahneputzen Eine der wichtigsten Meinnahmen zur Vorbeugung von Caris ist das Regelmaeige Zahneputzen. Es wird empfohlen, mindestens zweimal taglich F1,4 R mindestens zwei Minuten zu putzen, um die Bakterien und SA-Uhren aus dem Mund zu entfernen. 2. Verwendung von Fluorithaltiger Zahnpasta Fluorid ist ein natter einviertlerisches Mineral, das hilft, den Zahnschmelz zu stärken und Caris vorzubeugen. Verwenden Sie daher eine Zahnpasta mit Fluorid, um Ihre Zahni zu schar einviertelzehn. 3. Zahnseide verwenden Neben dem Zahni-Putzen ist auch die Verwendung von Zahnseide wichtig, um Essensreste und Bakterien zwischen den Zahnenen zu entfernen. Dadurch wird die Bildung von Caris an schwer zuganglichen Stellen verhindert. 4. Reduzierung von zuckerhaltigen Lebensmitteln und Getrain-Kin Zucker ist der Hauptnachstoff F1,4 R die Bakterien im Mund, die Caris verursachen. Daher ist es wichtig, den Konsum von zuckerhaltigen Lebensmitteln und Getrain-Kin zu reduzieren, um die Gesundheit der Zahni zu erhalten. 5. Regelma-Eige-Zahnarztbesuche Regelma-Eige-Besuche beim Zahnarzt sind entscheidend, um Caris-Fra einviertelzeitig zu erkennen und zu behandeln. Ihr Zahnarzt kann auch professionelle Zahnreinigungen durch Fah einviertelrennen, um ihre Mundhygiene zu verbessern. Erhaltung der Mundgesundheit Neben der Vorbeugung von Caris gibt es auch andere Mainamen, um die Mundgesundheit zu erhalten. Dazu gehören. 1. Ausgewogene Ernährung Eine ausgewogene Ernährung mit viel Obst, GEMA einviertel SE und Milchprodukten ist wichtig F1,4 R die Gesundheit der Zahni. Diese Lebensmittel enthalten wichtige Nahrstoffe, die zur Stärkung des Zahnschmelzes beitragen. 2. Verwendung von Mundspareinviertellungen Mundspareinviertellungen kann ihnen helfen, die Mundhygiene zu verbessern, indem sie Bakterien abtaten und den Atem erfrischen. Wallen Sie eine Mundspareinviertellung, die frei von Alkohol und Zucker ist, um die Gesundheit der Zahni nicht zu beeinträchtigen. 3. Vermeidung von Rauchen Rauchen ist nicht nur schadlich F1,4 R die allgemeine Gesundheit, sondern auch F1,4 R die Mundgesundheit. Rauchen kann zu Zahnfleischerkrankungen, Mundkrebs und einer schlechten Mundhygiene F1,4 Rennen. Vermeiden Sie daher das Rauchen, um Ihre Zahni und Ihr Zahnfleisch zu schaden, Viertel ziehen. Fazit Die Mundgesundheit spielt eine wichtige Rolle F1,4 R unser allgemeines Wohlbefinden. Indem Sie die oben genannten Tipps zur Vorbeugung von Caries befolgen und Ihre Mundhygiene pflegen, kann Ihnen Sie Ihre Zahni gesund halten und ernsthaften Problemen vorbeugen. Vergessen Sie nicht, regelmaarige Besuche beim Zahnarzt einzuplanen, um Ihre Mundgesundheit zu A1,4 R wachen und FRA 1,4 R zeitig zu behandeln. Denken Sie daran, dass gesunde Zahnarzt ein wichtiger Bestandteil eines gesunden Lebensstils sind.